Es gibt ja einen Film, wo ja auch immer danach gefragt wird, nämlich Boogeyman mit Slatko. Aber da kommt man nicht ran. Wir haben es versucht, aber auch da geben wir nicht auf. Es ist aber so, wir hatten ihn schon fast, aber es war dann doch, dass der rechte Inhaber am Ende dann doch einfach immer noch dachte, er kann dafür richtig Geld verlangen. Weil er dachte wirklich immer noch, der ist dann doch was wert. Bis ins Grat pokern. Ja, der würde pokern und immer verlieren, weil nein, das ist der Scheiße einfach nicht wert. Ich habe ihn aber gesehen, habe reingeguckt und er wäre toll für Schläfers, er ist kaum auszuhalten. Das, was vor allem da mich fasziniert hat, ist ein Film mit Slatko als Hauptrolle, also der ja auch groß, Mr. Boo und so angeht. Und da Slatko allerdings so schlecht gespielt hat, hast du fast 15 Minuten oder 20, in denen Slatko schon mitspielt, du ihn aber nicht siehst. Weil sie haben ihn nur ein Schulter-Lookalike die ganze Zeit. Du hast nur Schulter-Lookalike, du siehst die anderen die ganze Zeit und sie haben ihn dann wohl mit Mühe und Not in wochenlangen Arbeiten, schätze ich mal, geschafft, dass er ein paar Sätze da drauf spricht. Und bis du ihn mal siehst und die paar Szenen, wo er mitspielt, also richtig, sind nur sehr wenige. Aber was kann er jetzt viel schlechter gemacht haben als Daniel Kübelböck? Nee, der war auch nicht schlechter, also Daniel, der Zauberer ist noch schlechter, einfach mal so im Vergleich, muss man sagen. Aber ich erinnere mich ja noch, was passiert ist, es war damals, dass genau aus einem ähnlichen Dings, Slatko, ganz Deutschland lachte über ihn, weil er so blöd war. Und da sagten die, hey, da machen wir Geld mit. Dann haben sie ja Single gemacht. Und dann sofort diesen Film. Ja, genau. Und dann haben sie den Film gemacht. Und der wurde ja riesig angekündigt. Das weiß ich, dass damals, wir hingen alles voll mit Plakaten. Trailer gab es auch. Mr. Boogie, Trailer gab es. Ihr werdet es nicht glauben, es gibt tatsächlich ein paar Bekloppte, die haben mir die Hauptrolle in einem Kinofilm gegeben. Slatko in Mr. Boogie, der etwas andere Privatdetektiv. Ab 7. Dezember im Kino. Täglich neue Infos zum Film unter www.mrboogie.de Klingeltöne und Icons unter www.handy.de Und dann war es, war ja da der Fall, dass es eine Premiere gab in München und die Bild-Zeitung groß davon berichtet hat, weil da war auch noch Eichinger und so dabei und der ist rausgegangen und alle waren völlig schockiert und sagten, der ist so scheiße, den können wir nicht zeigen. Und da ist halt die Bild auch damals dann groß ausgeschlachtet. Und dann plötzlich, ich weiß noch, der sollte am 6. Dezember rauskommen, das weiß ich wirklich noch von damals. Und dann macht er das Puff und der war weg. Und es hat nie wieder das Licht der Welt erblickt. Zurecht, aber man hätte ihn auch gar nicht machen dürfen. Also der Hauptfehler war, dass der gemacht wurde. Heute würde er Zeit werden. Wir würden ihn. Wenn du das mit Jürgen Milski drehen würdest oder so, dann würde die Hygiene ja nicht mehr sprechen. Genau, aber wir sind immer noch bereit. Wir würden als Einzige den Kampf aufnehmen und das machen. Nur eins muss klar sein, Geld richtig kannst du dafür nicht geben. Also Entschuldigung, beim besten Willen nicht, das ist es nicht wert. Aber wenigstens die Kunst. Was bei mir immer noch so ehrlich ist, das ist ja Waschen, Schneiden, Legen mit Gildo Horn. Ja, der war ja draußen, den können wir mal versuchen. Ja? Den habe ich ja auch schon gut. Den habe ich auch mal ein bisschen, der war gar nicht so schlecht. War nicht so schlecht. Oh cool, da ist nagelwürdig fest. Wenn wir den haben und es ist so, dann sagen wir, der Roller kann man sagen, sein Liebungsfilm ist die Bettwurst, muss man dazu sagen. Die Bettwurst. Das wird immer wieder gewünscht. Ach, das würde ich ja feiern. Wir müssen auch noch viel mehr in den deutschen Archiven kramen, das haben wir ja auch gesehen. Also jetzt auch sowas wie Sunshine Reggae auf Ibiza, Brut, Böse, Macho, das ist alles ganz großartig. Und letztes Jahr Musik, Musik. Gerade so aus den 80ern, Karl Dahl, Mike Krüger Filme und so. Auch jede Menge. Ich will Spaß, ich will Spaß mit Nähner und Barsch und was es da alles gibt. Da gibt es wirklich grandios vergeigte Dinger. Ja, da werden wir auch weiter gucken. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.